Der Quotendicke steht in der Mitte. Und was erfülle ich für ne Quote? Ähm, warum geht's nicht weiter? Kann ich noch kurz in den Shop rein? Wie viel Kohle hab ich? Zehntausend? Soll ich's abbrechen? Äh, war zu spät. Ich hab mir grad so ne fette... Aber hey. Lol, Akilius. Was... Ich weiß leider nicht, was... Inwiefern... Von Battle Angel an. Also, ob die da sowas spielen. Sofern... Ich kenn den Film nicht. Ich kenn nur den Trailer. Oh, wir wechseln mal wieder das Stadion. Wo was auch immer D.F. steht. Keine Ahnung. Wo steht D.F.Punkt? Wo steht D.F.Punkt? Ich hab 16 FPS... ...in diesem Ladebiken. Geil. Im Stream. Also, vor allem ist der Ladebiken inzwischen richtig lang. Und ich hab 16 FPS... Also, jetzt geht das schon mal. Vor allen Dingen. So, das ähm... Ja, läuft der Task überhaupt noch? Hm. Ah ne, Roller hat sich zumindest nicht verabschiedet bei mir. Ah, ein Arrow hat gekürt. Ah, ein Arrow hat er gekürt. Ah, ein Arrow. Entschuldigung, connect to the Internet. Nö, ich red ja bloß mit dem Typen in Voice Chat. Ah, da war der Patrick. Na, King Joe. Der geht ein. Da. Habt schon beide. Wie der jetzt dein Handy dann rausholt und da guckt. Ah, ah, ah. Weiß auch noch, warum es wieder... Patrick, willst du noch was shoppen? Ja, warte mal. Ich will, ich will hier natürlich im Stream mal eben den Shop zeigen. Wow, Eishockeyhelm. Was ist das schon? Da ist der Handschuh. Was gibt's denn? Ey, gibt's ganz andere Sachen wie gestern, gell? Ja. Oh, Boxhandschuh. Oh, Boxhandschuh. Was? Wo siehst du einen Boxhandschuh? Ach, jetzt ist kein Boxhandschuh. Das ist auch so. Ich will die Stahlkappen-Skater haben. Warum kosten die 20.000? Die gibt's nur noch zwei Stunden. Ja, ähm, ich würde mal sagen... Sind die irgendwie verbunden? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Alter, schau dir die mal an. Die sind verbunden miteinander. Ja, ich weiß nicht, wie du mit denen skaten willst. Entweder das ist ein Bug oder das ist ziemlich dumm. Warte mal, ich, ich, ich... Das Metall, mit dem die verbunden sind, ist aber auch sehr flexibel. Ich will dich die schwule lila Jacke... Ach, scheiße, ich kann's nicht machen. Doch, du willst die schwule lila Jacke. Ach, scheiß drauf. So, äh, wie kann ich mich stylen? Lockerroom, lockerroom. Alter. Was? Die, die, die Oberschenkel, ja. Na, ich hab ein Loch, da. Das ist Leder, Alter. Das, na, ja. Okay. Ich glaub, jetzt, jetzt, ja, jetzt unterscheiden wir uns. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die das Spiel mit Absicht so, so, äh... Gut. Nicht geschlechterspezifisch, äh, die Figuren machen. Okay. Matchmaking. Äh, was meinen die eigentlich mit Hold B, ne? Das ist ja alles irgendwie... Ja, deswegen auch Y. Xbox-Controller. Deswegen steht auch manchmal Y da, oder so. So, mal gucken, ob wir jetzt eine Internetverbindung haben. Oh, scheinbar. Ich denk jetzt voll krass, ich bin hier. Wir haben hier so über 700 Fans, die denken, wir sind voll krass, ich bin hier. Ja. Ja. Und 3000, 2000, okay. Ich glaub, die Arena ist für die Guten. Das Stadion ist voll, Leute, ne? Naja, nicht ganz. Ja, ich hab auch um die 800 Fans hier, das sagt auch schon mal. Alter, was hab ich, ne Unterhose hinten drin hängen? Was? Alter, hab ich einen hässlichen Skinner jetzt. Du hättest dich auch mal umdrehen können. Wir sind ja gar nicht bei Orange, ach Gott. Ah, scheiße. Ich hab gerade versucht, Patrick umzutecklen. Wir sind blau. Ja, wir sind blau. Ach, die haben gewendet. Der ist durchs Tor gesprungen. Wie geht das denn? Also mein Charakter ist zu fett dazu. Jetzt passt mir auf, was vor dem Tor passiert ist. Ah, man sieht's nicht. Wie kann man denn mit Anlauf durchs Tor springen? Kann man überhaupt da hoch? Das weiß ich auch nicht. Das war nicht schnell genug. Alter heißt? Das hat nicht hingekaut. Ja, die laufen rückwärts zum Tor, klar. Ist gut verstanden. Ups. Was machen wir jetzt? Am Freund der Feinden bin ich dabei. Boah, die machen wir ja noch. Was mach ich? Die sind voll schnell. Naja, die sind viel schneller als ich. Äh. Wie schon zwei Runden. Da nebenher haben wir geschossen. Oh, hat die mal jemand von uns? Nein, ich würde mich weg. Spielen wir eigentlich wirklich in diesem Match? Ich klub's nicht, ne? Alter, was macht's? Ich fang kacken vor allem. Wo ist denn der Ball? Ah, ich hab aber auch irgendwann nimmer durchgelegt. Ich glaube, wenn man lange an der Wand fährt und Speed boost, äh, wer muss sich da ducken und rutschen? Ich muss sagen, ich finde die Arena ein bisschen unübersichtlicher, weil die dunkle ist. Was macht der Monitor heller? Der ist hell. Was machst du? Hab'n Ball. Schrecklich. Ich? Hatte ich den Ball, oder was? Wir sind ja blau. Haha. Ja, ich hab's euch auch gerade gefragt. Äh, hinter dir sind zwei. Ja, hast du auch gemerkt, ne? Ja, war dann zu spät. Ich versuch schon wieder in Kingdow umzureißen. Nikaalex, äh, 1, 3, 2, 4, danke für dein Follow-Off Twitch. Wie sehen wir, warum die sowas machen? Uaaaaaah! Ich mein, schaut ihr Dota, schaut ihr... Oh nein, du spitzst, die wir ausdecken eigentlich keine dritten Perspektive. Nein! Mann, ey. Ja, schön. Ich, 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 da, ich lass mal Ball vorbei, egal, pass! Nicht, nicht. Doch, wir haben ihn noch. Simon, lauf! Simon, ich rutschen laufen und schieß ihn reiiin! Er ist voll schulden slash Gegendu ein Tor! Ich schieß gegen den Tor. Scheiße, ich gucke! Simon, lauf, hinter dir ist keiner, lau... Hinter dir ist jetzt einer. Und vor dir auch. Ähh, und vor dir auch! Ich muss da hinten ein bisschen links… rechts. Rуж., runter, weißt du? alles überschätzt hier zu mir fast hinweg immer wenn ich passen will werde ich um die keine chance nein ich habe ihn hatte ich passen ach du hast ja nach hinten ich habe uns verarscht ich glaube auch naja gut der führt 40 ich versuche immer noch den blauen umzuteckeln ja ich denke auch immer irgendwelche um ich denke an andere um ich glaube wir würden nein er wird das können er dritten herum erzeit alter was macht er an die decke gesprungen auch können ich bin vorbeigeflogen hat es doch leider liebe kinder so spielt man das nicht hey kann man noch für die alpha kriegen nein kannst du nicht registrieren ist durch seit gestern geht glaube ich nicht mehr rocket league of speed oh ja das war mal lustig na immerhin hat er lucas spaß kann ich was kaufen nee